Vielen Dank. Sehr aufmerksam, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem Festival der guten Laune. Und unser Bundesfinanzminister Hans Eichel hat jetzt eingegriffen. Sie haben es alle gelesen, gehe ich davon aus, ja. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung mit dem Euro ist. Haben Sie auch subjektiv das Gefühl, es wird alles teurer? Ja, ist das so. Angeblich ist es nicht so, aber ich habe auch das Gefühl, es wird alles teurer. Und Hans Eichel hat jetzt gesagt, Boykott, gehen Sie nicht mehr hin, wo Sie das Gefühl haben, Sie werden abgezockt. Also wo Sie das Gefühl haben, abgezockt, Sie werden nicht mehr hingehen, aber ich finde, es stimmt nicht, dass alles teurer wird. Zum Beispiel die Telekom-Aktie ist so billig wie nie. Sehen wir einen Gesichtswechsel, jetzt wird es nachdenklich. Heute sind Sie nach Thailand geflogen, denn er will sich dort um sein Kinderhilfsprojekt kümmern. Stefan Effenberg und Frau Strunz. Ich hatte meinen Verdacht, ich hatte schon in der letzten Saison den Eindruck, Effe ist zu Hause spritziger als auswärts. Und das ist sehr sympathisch. Wir sind schon jetzt Freunde geworden, dass sie jetzt gelacht haben, weil ich habe den Gag vertauscht. Haben Sie gemerkt? Es hätte natürlich heißen müssen, er ist auswärts spritziger als zu Hause. Aber genügt nicht einfach das süße kleine Wörtchen, spritzig, um sich wegzuschmeißen. Das ist auch der Grund, warum unsere Nationalmannschaft gestern dieses unschöne 0 zu 1 gegen Wales einstecken wurde. Ich habe es gehört, viele walisische Spieler haben während des Spiels zu den Deutschen gesagt, Hey, Effe treibt es auch mit deiner Frau. Hello Janet and the Wild Tigers! Effe war auswärts spritziger als zu Hause. Effe war auswärts toll, dass dieser Gag trotzdem funktioniert hat. Das heißt, das ist toll, meine Damen und Herren, Sie denken mit. Verstehen Sie? Ich versuche die Silben einigermaßen zusammengehörend abzuliefern und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Das macht es einfacher. Klar. Oder? Wenn ich überlege, was Kollegen in den anderen Shows arbeiten müssen und sich vorbereiten und Dialekte draufhaben und Perücke und Bärte kleben und so. Ich sage, ich biete Ihnen heugende folgende Silben an. Ben Effe spritzig Hause. Und der jahrelange Kundendienst, die jahrelange Pflege des Publikums, dass man auch sagt, ja, er wird jetzt alt, er kennt nicht mehr alle Buchstaben, er hat nicht mehr alle Silben flüssig parat, helfen wir ihm. Das habe ich heute gelesen. Was denn? Die immer älter werdenden Völker stellen ein Problem für die Finanzierung der ganzen Sozialsysteme weltweit dar. Ja. Japan, überall. Unser Thema. Denn immer wieder sage ich es Ihnen, in fünf Jahren verlasse auch ich die Zielgruppe, meine Damen und Herren. In fünf Jahren heißt es, Adios, Miniröcke und elektrische Gitarren, herzlich willkommen bei einem schönen Glas Wein auf meiner Eckbank hier in Wildbad Kreuth. Zum Sat.1-Bilder und Notenbüchel. Man muss sich rechtzeitig darauf einstellen. Mein Gast heute hat diese Probleme nicht. Er wird von Mal zu Mal jünger. Er ist einer der schönsten Männer im deutschen Fernsehen, wenn nicht der attraktivste überhaupt. Er arbeitet für den besten Senner der Welt, für das ZDF, meine Damen und Herren, und wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Vater. Heute haben wir uns immer wieder ein gern gesehner Gast, Kai Böcking. Effe ist zu Hause, auswärts spritziger als zu Hause. Helmut, wo ich dich gerade lachen höre. Das ist interessant, dieses Autorennen, bei dem du teilgenommen hast, wo wir gestern einen Ausschnitt gezeigt haben. Ja, weißt du, wer gewonnen hat? Nein, wer? Da bin ich gar nicht zugekommen gestern. Und zwar nennt man den Schumi 3 Sebastian Stahl. Das ist der, wie sagt man, Stiefbruder von den beiden Schumacher Brüdern. Interessant, ne? Ich wusste nicht, dass die Schumis einen Stiefbruder haben. Ja, haben sie auch gar nicht. Wie heißt denn das? Ja, es ist in Anführungsstriche. Also Stief, 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 gar nicht Bruder. Ja, ja, pass auf, der Vater von Ralf und Michael hat eine neue Frau. Ja. Und die hat einen Sohn mit in die Familie gebracht. Ach so. Ja, der hat doch gar keine Schumi-Gen, er ist doch kein Stiefbruder. Ja, überhaupt nicht, es zählt ja nur das echte Schumi-Gen. Ja, klar. Das heißt, entweder der Vater von Ralf und Michael oder die Mutter von Ralf und Michael. Ja, genau genommen, ja. Das ist ja wie, wenn du sagst, ich bin mit Hugh Grant verwandt, weil du einen Film mit ihm gesehen hast. Ja, aber es war trotzdem... Kommt uns nicht wieder mit solchen Geschichten. Aber ist doch interessant, oder? Bitte? Ist doch interessant, dass er zum Gemüse... Nein. Ich finde es nicht interessant. Ich meine, es ist... Wir konnten jetzt klären, was ist ein Stiefbruder. Hat er sich hier gegenüber als Stiefbruder dargestellt? Nein. Woher weißt du das? Ich habe das rausgekriegt. Beim Durchwühlen seiner Sachen, oder? Wie denn? Wie denn? Das erzählte mir jemand. Wie denn? Wie hast du das rausgekriegt? Irgendjemand sagte mir das. Wusstest du, dass das Schumi 3 ist? Dann sage ich, nein, wusste ich nicht. Der heißt ja Sebastian Stahl. Ja. Und Stahl ist nicht Schuhmacher. Allein erzählt mir, ja, aber der ist so und so, was ich eben erzählt habe. Ja, aber er hat immerhin gewonnen. Ich meine, die Presse reißt sich um ihn. Ja, und Barrichello hätte auch gewonnen. Die Presse reißt sich um ihn? Der macht ein Interview nach dem anderen. Der war jetzt schon bei Andreas Türk. Dann war er bei ProSieben. Gut, Strafe muss sein. Wann kommen wir zu uns? Ich finde, Effe war auswärts spritziger als zu Hause. Ja. Schumis falscher Stiefbruder. Das ist ja fast so wie der falsche Sohn von Milowitsch. Nee. Mal hier in Köln. Ach so, au, ja, au. Ständig tauchen falsche Söhne und Verwandte auf. Da fällt mir ein, was genau ist eigentlich ein Schwibbschwager? Ein Schwibbschwager ist jemand, der bald dein Schwager ist? Nein. Nicht? Doch, das ist doch irgendwie, wenn du eine Schwester hast und die hat einen Freund, aber die sind noch nicht verheiratet. Das ist dein Schwibbschwager. Definitiv nicht. Ein Schwibbschwager ist sozusagen, wenn, ich glaube, wenn deine Frau eine Schwester hat, ja, dann ist das deine Schwägerin. Ja. Und ich glaube, deren Mann ist dein Schwibbschwager. Ah, das kann auch sein. Ich weiß nicht, ist das so? Ja. Ja. Komm. Dieses Verwandtengesindel halt. So, ein Schwibbschwager. Wer fehlt? Marco? Marco und Nathalie auf Dienstreise. In Cannes. Und rat mal, wen Nathalie schon alles gesprochen hat. Unglaublich. Hat schon eine Frage an Woody Allen gestellt? Nein. Doch. An Sharon Stone? Nein. Und an David Lynch. An David Lynch? Ja. Und weiß man welche Fragen? Nö. Das ist ja spannend. Nächste Woche. Das wird man, sind in Cannes. Sie haben mich angerufen, Sie waren heute mit meiner Yacht ein bisschen rausgefahren. Richtung Saint-Tropez. Tolles Wetter. Ja. Und ich habe gesagt, cremt euch ein. Ihr seid nicht bei NTV. Ja. Thema. Was war heute das Thema? Ach so, das Thema war Effe auswärts spritziger als zu Hause und Helmut falschem Schummi aufgesetzt. Aber wir konnten das klären. Ja. Stell dir vor, wir haben ganze Boulevard Serien zunichte gemacht, weil wir sagen, nein, wir wissen, er ist kein echter Schummi. Welches Bier trinkt Herr Andrag heute? Sie wissen es, pro Sendung ein Bier, um die etwas notleidende deutsche Bierindustrie zu unterstützen. Seit ich das hier trinke, geht der Absatz nach oben. Ist das, ist das, Moment. Wer hat das herausgefunden? Der Stiefbruder von Schummi? Nein. Das ist so? Ja, das ist so. Ja. Und der Regenwald blüht, man kommt kaum noch durch. Ja, genau. Ich finde es auch wichtig, dass der Regenwald gerettet wird. Ich brauche bald wieder neue Möbel. Wer hat eigentlich Leverkusen gespielt gegen Real? Die haben gewonnen. Sie wissen es, meine lieben Freunde zu Hause. Aufzeichnungstermin bei uns 18 Uhr. Wir können nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Nein. Du sagst, Leverkusen hat gewonnen? Ich sage, Sie haben 2-1 verloren. Nach einem tollen Spiel, unglücklich, zwei Minuten vor Schluss. Warum haben Sie gewonnen? Psychologie. Psychologie, ja. Sie hatten es besser. Real musste ja gewinnen. Auch Leverkusen musste ja eigentlich gewinnen. Wie schon die Meisterschaft und den Pokal. Aber das verzeiht man am ehesten, gegen Real zu verlieren. Gegen Real darf man verlieren. Ganz genau. Wie man es so sagt. Also du sagst, Tipp, ein Ergebnis? 3 zu 2. Echt? In regulären Spielzeiten? Nein, mit Verlängerung. Gibt es ein Golden Goal? Ah, ich glaube ja. Es soll aber wieder abgeschafft werden. Ja, ja, genau. Wir hätten nie einen Olli Bierhoff gehabt, wenn das Golden Goal schon immer abgeschafft gewesen wäre. Aber er war es sich wert. So, jetzt. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute zu Ehren von Stefan Effenberg einen Original-Frühjahrs-Bock. Was sagen unsere Prominenten, unsere geliebten und verehrten Prominenten zur Ist die Ehe der Effenbergs schon zu Ende? Oder machen Sie eine Pause? Ich glaube, es ist vorbei. Sie wohnt mit den Kindern in Florida. Florida wird bald voll mit Frauen, die dort mit den Kindern wohnen. Man muss sich das auch leisten können. Na klar. Normalerweise ist es ja so, dass man eine Mauer durch die Küche zieht, weil man das Geld nicht hat für eine Trennung. Aber unsere Promis haben es da besser. Da heißt es einfach, wo ist die Frau? Mit den Kindern in Florida. Was sagt ein Mann, der glücklich verheiratet ist, der die Liebe hat siegen lassen über alle gesellschaftlichen Vorurteile? Prinz Horkorn von Norwegen. Er sagt, ich kann Effe verstehen. Ich habe selber zu Hause eine heiße Blondine. Aus eigener Lebenserfahrung kann ich sagen, die dritte Frau ist immer die schwerste. Was erlaube, Frau Strund! Bis vor wenigen Tagen Effe ist Chef. Absolut. Effe hat jetzt keinen Vertrag mehr. Nee, der ist aufgelaufen. Nee, der ist jetzt in Thailand, um sein Kinderhilfswerk nach vorne zu bringen. Uli Hoeneß sagt, Mensch, wenn wir geahnt hätten, dass der Effe noch was trifft, hätten wir ihn doch behalten. Ich finde, Stefan Effenberg sollte sich schämen. Mr. Tagesschau sagt, ich wette, Herr, äh, Frau Strund! Prinz ist eine Granate im Bett. Ich habe es Ihnen gestern erzählt, meine Damen und Herren, mein Sender hat mir eine Yacht geschenkt. Ja. Zur 1000-Sendung. Und sie wurde getauft am vergangenen Wochenende auf den stolzen Namen Lady Limburg. Sie liegt im Hafen von Cannes. Marco und Nathalie und so beiden Mitarbeiter sind dort auf der Yacht zurzeit, um die Filmfestspiele zu beobachten. Und für 80.000 Dollar pro Tag kann die Yacht gechartet werden. Für Familienausflüge, falls der Schwibbschwager kommt oder ein Stiefbruder überraschenderweise klingelt. Und man glaubt es nicht, trotz des, in diesem Falle muss die Floskellaubt sein, stolzen Preises. Trotz des stolzen Preises, bereits zwei E-Mails für Mietinteressenten. Für meine Yacht, die Lady Limburg. Und zwar, der erste kommt von Elias Baumann aus Luzern in der Schweiz, hier geht der Schmidt. Sieben absolut überzeugende Gründe, warum Sie uns unbedingt auf Ihre Yacht einladen sollten. Davon war nie die Rede. Davon war nie die Rede. Ja, Herr Baumann. Als Homöopath. Wie schreibt man eigentlich Homöopath? Ja, H-O-M-Ö-O-P-A-T-H. Genau. Kümmere ich mich um Ihre Gesundheit. Meine Partnerin steht als Altenpflegerin im Bereitschaftsdienst. Sie haben sich wahrscheinlich im Heim kennengelernt. Als Schweizer schlagen wir über die EU-Schranken. Kapier ich nicht. Ja, die sind ja nicht in der EU. Ja, klar, aber ich meine, ist das irgendwie eine Pointe oder was? Oder als Schweizer schlagen wir über die EU-Schranken, was soll das heißen? Ja, so eine launige Formulierung. Ach so. Tobias, der älteste Junge, bringt Ihnen Schlagzeug bei. Angela, das Mädchen, lehrt Sie Ballett. Und Jian, der Jüngste, zeigt Ihnen, wie Sie bei Computerspielen gewinnen. Sie müssen uns unbedingt kennenlernen. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und Sie verbleiben vor allem in Luzern in der Schweiz. Ja. Danke. Dann schreibt mir Gerd Fromm aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Schmidt. Ich möchte gerne etwas Zeit auf Ihrer Yacht verbringen. Ich bin besonders geeignet, da ich sowohl im Casino-Fachmann bin, sechs Jahre Berufserfahrung als Groupier, französisches Roulette, American Roulette, Poker und Blackjack, als auch Yacht-sport spezifischen Qualifikationen besitze, Bootsführerschein für Yacht, Binnenführerschein A, Motorbootführerschein, Surfschein, Tauchschein sowie Erfahrung in der beruflichen Seefahrt. Ich hoffe, die 80.000 Euro, nicht Euro, Dollar pro Tag sind noch verhandelbar. Nein! Und weiterhin viel Erfolg in Ihrer Spielhalle. So, in Oldenburg. Oldenburg in Oldenburg. Oldenburg in Oldenburg. Es gibt aber auch Oldenburg in Schleswig. Und Oldenburg in Oldstein. Was? Ja, das meint er wahrscheinlich. Ist das nicht dasselbe? Ja, das ist in Oldstein, nicht in Schleswig. Oldenburg in Oldstein? Oldenburg in Oldstein, auf dem Weg von Lübeck nach Fehmarn. Wo man an Itzehoe vorbeikommt? Nee, an Itzehoe kommt man auf dem Weg von Hamburg nach Sylt vorbei. Das quält mich übrigens. Es ist gut, dass mir das jetzt einfällt. Plötzlich, als ich mal erzählt habe, wie es auf dem Bahnhof in Itzehoe zugeht, habe ich dich abgewürgt, weil du erklären wolltest, warum in Itzehoe auf der Fahrt nach Sylt die Lok gewechselt wird. Ja. Warum? Weil dort die Strecke nicht mehr elektrifiziert ist ab Itzehoe. Das heißt, die E-Lok wird abgekoppelt und eine Doppeldiesellok meistens wird vorgespannt. Hintenburgdamm. Fehlt oben was. Fiel mir nicht auf, als ich drüber fuhr. Man lernt nie aus. Genau. Man lernt nie aus. Und ich muss sagen, Effe wirkte in der letzten Saison auswärts spritziger als zu Hause. Meine Damen und Herren, wenn Sie sagen, das ist jetzt aber ein bisschen kindisch, es wird noch besser. Ehrlich. Das hier ist unser Liebling des Monats. Und wir haben lange überlegt, was können wir Ihnen heute darbieten. Unser Geschenk für Sie heute ist dieses. Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Am liebsten macht der Schabernack. Leute, herrgern nicht zu knapp. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Heute, Pumuckl will König werden. Was waren das hier wieder für geheime Zeichen während meiner Ansprache? Es war falsch, das jetzt anzusagen? Ja, weil da kam doch jetzt direkt der Vorspann. Ist es möglich, dass wir die Passage, die wir jetzt gerade gemacht haben, rückwärts laufen lassen, um nochmal an den Punkt zu kommen, wo ich gerade war? Geht das technisch? Ja. Macht es bitte. Diese Zeit muss sein. Ja. Wir spulen nochmal zurück. Ja. Auch um die Frage zu beantworten, wird bei euch eigentlich was bearbeitet? Nein. Okay, jetzt machen wir weiter. Dazu später. Das war ja noch gar nicht. Jetzt werde ich immer wieder gefragt. Ach so, das ist nicht live. Ja, aber es ist ja wie live. Wird denn bei Ihnen viel geschnitten? Nein. Auch nicht, wenn mal ein Fehler passiert oder so. Nein. Denn dann wäre die Show ja leer. Ist das nicht anstrengend, jeden Tag so lustig sein? Och ja, man gewöhnt sich dran. Sie gehen doch auch jeden Tag arbeiten? Ja, aber es muss nicht lustig sein. Aber haben Sie vielleicht eine Jacht geschenkt gekriegt? Hier. Ach, ich bin schon ein bisschen sentimental, wenn ich diese Lady Limburg so angucke. Das ist ja noch auf der Werft im Schwarzwald. Ja, genau. Das sind meine Eltern beim Sonnenbaden. Noch im Stehen, weil die Liegestühle kamen verspätet. Und ich sage jetzt nochmal, 80.000 Dollar pro Tag. Vielleicht können wir mal was von der Inneneinrichtung zeigen. Das ist mein Bad. Das ist natürlich ein bisschen kleiner gehalten. Ich selber muss mich im Knien rasieren, weil ich habe die Decken niedriger machen lassen, damit Kai Pflaume und Klerici oben mit den Rumba-Rasseln mehr Platz haben. Im ersten Stock, wo die Lounge ist. Wo die Lounge ist. Für das Get-Together. Verstehe. Wie viele Leute haben Platz auf der Yacht? Gäste? Ja. 18. Nur Außenkabinen mit Balkon und Room-Service, 60 Mann Personal, alles Deutsche. Auch Westdeutsche. Können wir nochmal was zeigen? Meine Mutter. Ich wollte sie jetzt fragen, was sie liest. Und das ist das Schöne. Das ist so eine Marina, wie wir Seeleute sagen. Die kannst du ausklappen. Diese Buchstaben, da siehst du dieses S, A und dann ist die Marina weg. Da hat Sat.1 hinten draufgeschrieben, Sat.1 loves you. Und da kann man sich raussetzen, baden bei schönem Wetter. Und ich sage es ehrlich, falls ältere Gäste kommen und es passiert was, schwupp. Aber alles nach internationalem Seerecht natürlich. Haben wir noch ein Bild? Du kennst ja meine Yacht mittlerweile besser als ich. Nein. Aber du bist kein Typ für eine Yacht, du bist seekrank. Du bist einer von den Typen, die dann dauernd mit diesem Punkt hinter dem Ohr rumlaufen und irgendwie sagen, wird es noch schlimmer, wird es noch schlimmer. Was ich jetzt gehört habe, bei meinen Seefahrerfreunden, wenn du im Hafen anlegst und so weiter mit meinen frisch gestrichenen weißen Schuhen an Bord springen und so. Im Golf von Lyon muss es die Hölle sein. Echt? Ja. Im Golf von Lyon muss es die Hölle sein. Windstärke 10. Ja. Und Knochenbrüche. Und man glaubt, man kommt nicht mehr vom Schiff. Echt? Ja, habe ich mehr verkehrt. Ich werde den Golf von Lyon vermeiden. Prost. Und wir haben uns eine tolle Überraschung einfallen lassen für alle, die dieser süße kleine Kobold seit ihren Kindertagen begleitet. Etwas ganz, ganz Feines. Hurra! Hurra! Der Kobold mit dem roten Haar. Hurra! Hurra! Der Pumuckl ist da. Am liebsten noch der Schabernack. Leute, herrgern nicht zu knapp. Hurra! Hurra! Der Pumuckl ist da. Heute Pumuckl will König werden. Das war doch gerade ein Fehlschnitt auf mich, oder? Ich war doch gerade im Bild und der Vorspann war noch nicht zu Ende. Ja, eigentlich sollte ich... Das muss sich schon jeder ein bisschen konzentrieren. Mir ist wirklich in über tausend Sendungen nie ein Fehler umgebracht. Es kann doch hier nicht jeder machen, was er will. Nein. Oder? Das ist doch hier nicht WDR 3, oder sowas. So, jetzt kommt ein toller Sketch. Und wer schon mal im Theater war, weiß, im Sketch, da muss man sich verkleiden. Bin gleich wieder da, dass mir keiner weggeht. Ich frage mich, ob Kalmund schon heulend mit den Fäusten auf den Rasen schlägt. Also, ich verkleide mich jetzt und dann reiste ich sie vom Hocker so dermaßen gut ist das. Hallo! Ich glaube, sie wusste. Brüller. Brüller. Willkommen bei der FDP. 18 Prozent! 18 Prozent! 18 Prozent! So, Meister Eder? Ja, Pumuckl. Wir spielen jetzt ein Catch. Pumuckl will König werden. Ich will König werden, ja? Ich will König werden. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Da riecht die Krone! Die Krone! Ah, Pumuckl, das geht weiter. Doch, 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 das geht! Immer diese Wahlen! Das ist ganz schön anstrengend mit der Stimme. Ja, schau, Pumuckl. Die Demokratie, ich kann überhaupt nicht bayerisch, das ist, äh, äh... Dafür kannst du schön schnitzen. Es wirkt ein bisschen pervers, wie du dieses Holz mit dem Messer streichelst. Es sieht aus, als würde man sich eine Nachkriegsdulle schmieren. Ja, ja, ja! Ich finde, ich habe Pumuckl nicht so gut drauf, oder? Ja, okay, dann lassen wir es. Ja, sag mal ehrlich, es gibt Leute, die, die, äh, hier, der Peter im Vorsprung hatte Pumuckl besser drauf. Ja gut, dann... Von der Stimme her. Die Leute haben sich doch weggeschrien, das war doch sehr gut. Finden Sie das lustig? Ja, ich will König werden! Immer diese Wahl! Immer diese Kabine! Da darf ich gar nicht rein! La, 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 la! Ja, aber schau, Pumuckl. Was denn? Was soll ich denn schauen? Es wollen doch alle zur Wahl gehen. Wie denn alle? Ich nicht? Ja, aber schau, Pumuckl, alle Menschen sind gleich. Aber soll denn der Quatsch? Schau mich doch mal selber an! Alle Menschen sind gleich! Ein König, der damit die Krone, der ist den ganzen Tag schulfrei. Und alle Co-Molle, der findet alle Marmeladegläser rein. Und die, 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 die in Zypistwaren Geschäfte. Und alles, 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 die ganze Spielzeuge. Aaaaah! Das ist doch ein Zyp-Zyp. Aaaaah! Das haut der dermaßen auf die Birne, dieses Christ? Ja, ja. Da sieht man mal, was Hans Klarin über all die Jahre geleistet hat. Absolut. Wirklich wahr? Ja. Enorm. Ja, ja, ja! Ja, aber Pumucki, schau, du kannst ja überhaupt nicht König werden, du bist ja unsichtbar. Ah, da hast du recht, hast du mich überzeugt? Sketch aus, danke! Mein Haarteil ist verrutscht, ich habe es extra nochmal angeklebt, jetzt hält es glaube ich besser. Ich mach mal ein bisschen Pritt drunter. Ich habe gesagt, keine Sketche mehr seit ich ein Haarteil trage, das macht ihr nur, damit das Haarteil verrutscht, weil ich mir dauernd diese blöden Dinge aufsetzen muss. Nachher, wo Kai Böckinkommen so geil aussieht. Willkommen beim RTL Nachtschonel. Alles mit Absicht. So, kommt jetzt die Studioumfrage? Ja. Ja, meine Damen und Herren, ein ernstes Thema. Ich finde, Eigenurin gibt doch mehr Glanz. Okay. Ist auch eine Form von Behinderung. Herr Schmidt, haben Sie die 10 Jahre bei NTV verändert? Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studienpublikum wählen? Wahlberechtigung 230, gültige Stimmen 202, nur noch 87,8 Prozent Wahl. Demokratie, Wahlmüdigkeit. CDU, CSU 22,3 Prozent, SPD 30,2, Grüne 16,8, FDP 25,7 und PDS 5 Prozent. Das heißt, die SPD hat sich ein bisschen erholt. Ja. Es läuft alles auf große Koalition raus. Auf eine große Koalition? Mit Sicherheit. Die FDP will ja keiner mehr haben. Also wer will denn mit dem großen Guido regieren? Da nehmen die sich lieber, unterscheiden sich doch gar nicht mehr viel im Wahlprogramm. Da lehnst du dich aber jetzt sehr weit aus dem Fenster dafür, dass wir eine politisch neutrale Sendung sind. Wer will denn den großen Guido haben? Leute, die so aussehen wie ich zum Beispiel. Ich finde Leute, die so aussehen wie ich, wählen FDP, sitzen am Tegernsee und sagen, ich habe zum Glück alles rechtzeitig meiner Frau überschritten. Und sie fragt sich wofür oder so. Sie brauchen es doch irgendwie. Das läuft auf eine große Koalition hinein. Für mich läuft das auf CDU, CSU, FDP hin. Im Endergebnis. Ja gut, wir sind ja nur die Übermittler, wir sind ja nicht die Analysten. So, meine Damen und Herren, ein relativ unspektakuläres Abstimmungsergebnis heute, finde ich. Ja. Mein heutiger Gast, der freut uns täglich im ZDF mit seiner reparteten Quiz Show Risiko. Unser lieber Freund, herzlich willkommen, Kai Becking. Wie geht's? Bestens, bestens. Schicke Frisur war das gerade eben. Ja cool, oder? Eigentlich schon, passt so zu dir und deinem Auftreten eigentlich, finde ich. Also eher seriös, nach vorne hin. Moment, was heißt das jetzt genau, passt zu dir und deinem Auftreten? Genau zum Alter hätte ich auch sagen können, aber das wäre nicht nett gewesen. Ja. Ich hoffe, du erreichst dieses Alter auch. Ich tue mein Bestes. Ja. Wie fühlst du dich so? Wie alt bist du jetzt 37? Man sieht das nicht. Du wirkst wie Anfang 30. Dankeschön, ja. Ihr wirkt beim ZDF alle zehn Jahre jünger. Ja, die Arbeit hält jung im ZDF. Ist das so? Doch. Doch. Wie ist die Stimmung im ZDF? Man hört immer so viel so, der Sender möchte jetzt mehr junge Zuschauer erreichen und so. Was ist denn? Ja, wir bemühen uns. Doch, 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 doch. Ja, wir habt einen neuen Intendant und so. Man hat das Gefühl von Aufbruch und von positiver Stimmung im ganzen Laden. Also ganz ernsthaft ist es so, ja. Man versucht so einiges, um die Jungen auch zu kriegen. Vielleicht noch nicht hart genug, aber wir arbeiten dran und in 30 Jahren sind wir so weit. Ja, das wird vorher. Und außerdem, es wird der Trend kommen, wo man sagt, man muss sich um die älteren Zuschauer bemühen. Wir werden immer älter im Schnitt in der Bevölkerung. Ach. Ich glaube, in fünf Jahren werden das alle erkannt haben und sagen, jetzt müssen wir die alten Zuschauer erreichen. Glaubst du nicht? Du, ich finde ja die alten Zuschauer genauso gut wie die Jungen. Also ich finde das ja vollkommen Quatsch. Zuschauer sind Zuschauer und Leute, die Spaß am Fernsehen haben, sollten zugucken, ja. Und ob alt oder jung, das ist eigentlich wurscht. Guck mal, bei dir gucken auch nicht nur die Jungen, oder? Sondern du hast ja wahrscheinlich auch ein paar, die ein bisschen älter sind. Überwiegend. Ich bekomme sehr viel Post von älteren Menschen, die sagen, endlich mal ein Mensch, der so spricht, dass wir ihn verstehen, der nicht nuschelt. Der eine Frisur hat, die dazu passt. Der eine Frisur hat, die dazu passt, der unsere Themen anspricht und so weiter. Und das ist, das ist die Zukunft. Das Fernsehen, das die reifere Generation anspricht. Denn die haben ja auch das Geld, mal ehrlich gesagt. Das stimmt doch nicht. Diese jungen Schlampen haben doch keine Kohle. Bist du Fußballfan? Ja, aber, aber nur eigentlich Bayern-Fan. Und Bayern, ja, ruhig bleiben. Man, bin Bayern-Mitglied. Eben. Was sagst du zu Effenberg? Stramme Leistung. Inwiefern? Ja, ich finde, dass der Mann einfach immer wieder mit was Neuem um die Ecke kommt. Und das ist schon ziemlich genial. Also, mit Claudia jetzt, die aus München kommt. Und wer in München mal aus war früher, der konnte sie auch öfters mal treffen. Eine ganz nette übrigens. Wieso öfter mal treffen? Wie? Die hat in einem sehr bekannten Lokal in München so die Gäste sortiert und hingesetzt. Aha. Und ist wirklich eine ganz bezaubernde Frau. Und, mei, die Wahl auf Effenberg, ich weiß nicht. Gut. Da wollen wir nichts richten. Das sind Gefühle. Da steckt man nicht drin. Also ich sag mal, Jens Riever und Stefan Effenberg, ja. Die beiden müssen ja was haben, die Jungs. Wieso? Oder? Absurd. Jeder für sich muss etwas haben, ja. Ich denke schon. Guck dir an Michelle. Michelle ist eine tolle Frau, die sieht toll aus. Claudia Strunz sieht gut aus. Ja. Und wenn die Jungs sie abkriegen, dann muss schon was dran sein. Irgendwo. Hat dich das geschockt mit Jens Riever und Michelle? Ähm, geschockt, überrascht, würde ich mal so sagen. Inwiefern? Ich habe immer gedacht, dass die Tagesschau-Leute einfach so ein Leben ohne Unterleib führen. Weil die immer so, die sitzen da immer und lesen die Nachrichten und dann denkt man immer, die haben nichts unten drunter. Ja, aber das tun viele, die mit einer Granate im Bett waren. Ja. Was ich, ja, den Spruch fand ich schon ziemlich, was heißt denn das eigentlich, Granate im Bett? Die explodiert oder was? Ja. Ja? Und sie ist hemmungslos und sie ist bereit, wirklich richtig zur Sau zu werden. Also so kenne ich das landläufig aus Büchern. Nein, aus Büchern. Ach so. Ich kenne Michelle leider nicht. Ja. Ich kenne Michelle nicht. Ich habe ihre Platten, aber persönlich kenne ich sie nicht. Ich fand ja viel interessanter, dass sie ohne Slip in die Disco geht. Michelle? Ja. Gab's auch zu lesen? Ja, sie war ja auch mit Matthias Reim verheiratet. Der geht auch ohne oder was? Nein, aber man muss sie ja irgendwie kennenlernen. Ach so. Ja. Sie geht ohne Slip in die Disco? Ja, habe ich gelesen. Das fand ich, hat Herr Rieber ausgesagt. Ja, aber das behauptet vielleicht Jens Rieber, weil das Leute über ihn in Bezug auf die Tagesschau sagen oder so. Er hat gesagt, er wäre eifersüchtig, weil sie immer ohne Slip in die Disco geht. Mit ihrem Designer, mit ihrem Stylisten. Ja. Gut, das ist schmutzige Wäsche, das ist nicht unser Feld. Wir sind eine seriöse Politshow. Lass uns zu etwas Menschlich Schönem kommen, du wirst demnächst zum ersten Mal Vater. Ja. Wisst ihr schon, ob es Junge oder Mädchen wird? Ja. Aber wir wollen es nicht verraten. Ne. Habt ihr auch noch dieses Kinderzimmer blau oder rosa tapeziert? Wir haben noch gar nichts tapeziert, das ist unser Problem. Wir sind wirklich noch absolute blutige Anfänger. Es ist gar nicht mehr so lange hin, also nach ein paar Wochen und wir haben noch nichts. Also wir haben gerade mal einen Stubenwagen und es fängt schon damit an, wir haben wirklich beide, unser erstes Kind, keine Ahnung was auf uns zukommt. Ja. Du bist ja da eher erfahren mit... Ich kenn mich aus. 15 Kindern? Drei. 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 Aber man kann es sich nicht vorstellen, was auf einen zukommt, wirst du? Das Leben wird sich total ändern. Du wirst dein Fiat Uno verkaufen müssen. Was hast du für ein Auto? Ein Zweisitzer. Du fährst einen Porsche? Ja. Wie Kai Plaume. Aber einen anderen. Helmut auch übrigens. Ja, ich weiß, der fährt sogar Rennen. Ja, ja. Aber auf einem Alfa Romeo. Ah, okay. Ja. Nein, das ist das Problem bei dem Auto. Aber es gibt Gott sei Dank jetzt einen Kinderwagen von dieser kleinen Firma, der so klein zusammenfaltbar ist, dass er auch in einen Porsche reinpasst. Es gibt einen Kinderwagen von Porsche? Ganz geiles Teil. Und den kann man wirklich... Ist das nicht sehr peinlich, wenn man einen Porsche Kinderwagen irgendwie durch... Naja, ich musste mich... Ja. Ich musste mich halt entscheiden. Oder wir haben einfach gesagt, wollen wir den Wagen behalten oder wollen wir auch so ein großes... Du kennst ja Kinderwegen, die sind ja so groß und sperrig. Ja. Und du kriegst ja im Grunde kein Auto, außer du hast einen Lastwagen. Ja, dann kriegst du einen Kinderwagen rein. Und dann haben wir den gesehen... Da kann ich dir einen Tipp geben. Man kann diesen Kinderwagen auseinanderlegen. Ja, ja, ja. Aber ja. Sicher, in den ersten Monaten versuche ich mal den komplett reinzuschieben. Ja. Ich sage dir... Aber du kannst ihn auseinander machen. Ja. Und... Ich sag's dir... Du wirst den Porsche verkaufen. Du kriegst das Kind, du kriegst den Kindersitz nicht auf den Rücksitz im Porsche rein. Nein, der soll ja vorne rein. Ja, und die Frau? Ja, die Frau muss halt nur ein zweiten Auto fahren. Was ist das für eins? Auch ein Zweisitzer, aber kein Porsche. Was denn? Das ist ein MG. So ein kleiner. Also pass auf, es ist ja so, man muss ja im Grunde sich entscheiden irgendwann im Leben. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir auch nur zu Fuß mit dem Kind irgendwie. Aber momentan ist doch einfach so, wenn die doch so einen Kinderwagen haben, dann nehme ich doch den, pack den vorne rein. Der passt nämlich vorne in den Kofferraum mit den Kleinen. Ja. Dann hast du hinten zwei Sitze und vorne zwei Sitze. Ja. Ja? Also das heißt, du kannst den Kindersitz hinten hin tun. Ja. Oder vorne hin. Dann muss die Frau nach hinten. Oder ich, je nachdem. Ja. Es geht schon. Wir probieren's mal aus. Gut, aber wenn das Kind größer ist, ein Jahr oder so, dann kommt das in so einen Kindersitz oder in so eine Trage, in so einen Maxi-Cosi und den musst du festschnallen und dann ist vorbei mit diesen Kindersitzen. Und du wirst auch genervt sein. Ich freue mich, wenn du hier in einem Ford kommst. Weißt du? So mit Heckklappe hinten. Die tun was. Ja. Du hast ja auch die ganzen Kekskrümel dann alles in den Ritzen von und zermatschte Bananen und so weiter. Verrutschte Windeln. Das ist ja alles okay. Das kriegen wir alles wieder raus. Und vor allem natürlich das vollgekotzt werden bei der Fahrt. Du machst mir Hoffnung. Es riecht dann so säuerlich in diesen Autos. Ich muss dir echt gestehen, ich habe ja noch überhaupt keinen Plan, wie das überhaupt mit den Windeln geht. Ich habe auf dem Weg hierher schnell noch eine Windel geklaut. Ja, aber das ist sehr einfach. Ist das wirklich einfach? Mit der Windel? Ja, aber das ist heutzutage so ein Thema. Das ist das Einfachste der Welt. Ich muss ja gestehen, ich weiß ja nicht mal, was innen und außen und vorne und hinten ist bei dieser Windel. Check mal her. Ist das sehr kompliziert? Das ist eine sehr kleine Windel. Ja, aber neu geboren. Das ist so für die ersten vielleicht sechs bis acht Wochen. Es ist ganz, ganz einfach. Du hast natürlich eine spezielle Windel für Junge oder Mädchen. Nimm doch mal so ein Buch oder sowas dann als Baby vielleicht. Hier. Ich nehme hier den Cherembel. Deutsche Gesetze. Hier den Cherembel. So. Du legst das Baby so rein. Ja. Das ist, das ist zu breit. Ich nehme hier den Tischstaubsauger. Ja. Das ist doch schön. Ja. 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 Ist auch noch so gut. Ja. Hier legst du das Baby rein. Ja. Erst machst du das Baby sauber. Das ist ganz wichtig. Sonst wird das wund. Wie oft machen wir das? Einmal die Woche? Ha! Ne, das ist also zwei Uhr nachts, vier Uhr nachts und so weiter. Ja. Du machst das Baby sauber. Mhm. Dürf es weg, Schatz. Ja. So. Ein Creme, Hintern ein Creme oder nicht? Man hört ja auch. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Jahrelang haben Mütter gecrement wie verrückt. Ja. Und man hat festgestellt, dieses Fett in der Creme fördert eigentlich eher Entzündung oder Pilze. Ah ja. Also nicht cremen, sondern was einfach so. Nicht cremen, sondern was einfach so. Einfach richtig sauber machen. Sauber lecken und dann ist gut. Auch ja. Gut. Ja. So. Hoch. Mhm. Und das sind ja alles hier diese Klettverschlüsse. Einmal. Zweimal. Fertig. Ja. Das ist das Einfachste was es gibt. Also das ist vorne, oder? Das ist vorne. Wo die Bildchen drauf sind, ist vorne. Ja. Die Windel wird vorne zugemacht unter dem Nabel. Und das Schöne ist natürlich, es kann sein, dass dein Baby diese, wie heißt das, Drei-Monats-Krämpfe hat. Das ist nicht schlimm, es ist nur sehr laut. Ja. Das heißt, das Baby schreit eigentlich durch. 24 Stunden. Man wird panisch als Eltern. Weiß nicht was es ist. Und das dient aber dem Aufbau der Bauchmuskulatur. Weil man schreit nie wieder so richtig wie als Baby. Weiß. 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 Und was mache ich dagegen? Nichts. Du gehst auf und ab, hast das Baby so, machst so, es bringt nichts. Gibst es der Frau zurück und so weiter. Weiß. 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 Und das hört gar nicht mehr auf? Nein, da kommen dann Bekannte vorbei und sagen, ach ja genieß es, es geht so schnell vorbei. Nein. Windel ist ganz einfach. Beuerchen. Was ist mit Fencheltee? Fencheltee soll das Allheilmittel sein bei Krämpfen und Bauchweh. Ja. Ist es das oder? Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube schon. Beuerchen ist ganz wichtig. Wenn du das vergisst, dann kommen die Blähungen und dann schreit es die ganze Nacht. Hier, Tuch über die Schulter und dann klopfen bis es richtig kommt. Ja. Du hast dich wirklich noch nicht sehr damit beschäftigt. Nein, das ist wirklich das Problem. Ich habe ein bisschen viel getan in den letzten Monaten und wir haben irgendwie noch gar nichts eingekauft und wir müssen das jetzt mal machen dringend. Und es gibt ja immer von allen Seiten gute Ratschläge, was hilft, was nicht hilft. Sowas war guter Tipp. Man wächst rein. Man wächst rein. Du meinst, ich kriege das hin? Ja, hundertprozentig. Ist es eine schöne Erfahrung? Ja, absolut. Es wird dein Leben radikal verändern. Klingt wie eine Floskel, ist aber so. Ja? Ja. Und dann, wenn es das zweite und dritte kommt und dann, schönen großen Van. Wenn du nicht mehr in die großen Hotels musst, im Urlaub und so weiter, sondern irgendwo auf dem Bauernhof bei Passau, Tierferien machst und so. Aber das brauchst du nicht, weil du wohnst ja auf dem Bauernhof. Ja, ein bisschen draußen. Aber eine Frage habe ich noch. Es heißt auch, man muss die Kinder nach dem oder vor dem Wickeln besser gesagt irgendwie föhnen, also so heiß, mit so einem Heizstrahler oder abföhnen, dass sie trocken werden? Nein, nein, nein. Es gibt vielleicht Leute, die das machen, aber... Ist das nicht gefährlich bei Jungs, wenn die pinkeln so mit dem Föhnen, dass man da vielleicht... Das würde ich nie im Leben machen. Es ist viel zu heiß. Du verbrennst dir das Kind ganz schnell. Okay. Sauber abtrocknen, ja, genügt völlig. Ja. Keine Creme. Also ich würde es nicht machen. Beim ersten Kind cremt man sehr viel, ja. Beim zweiten Kind cremt man nicht mehr. Und das dritte Kind überlässt man sich selber. Wir freuen uns auf das Spessen mit Pavarotti. Weißt du, wann das ist? Äh, ne, in drei Wochen, glaube ich. Pavarotti & Friends im ZDF. Mit Pavarotti, mit Luciano Pavotti. Komm wieder, mein lieber, wenn das Kind da ist. Toi, toi, toi für dich und deine Frau für die Geburt. Und viel Spaß mit dem Nachwuchs. Bis morgen Abend. Gute Nacht.